Jo, meine lieben Freunde, da bin ich wieder zu einem letzten kleinen Update vom Rumble. Gestern gab es ja einen großen Talk, was das angeht, bezüglich so eines selbstgemachten, hausgemachten Problems seitens der WWE, bezüglich der Popularität von Sami Zayn. Sollt ihr es noch nicht gesehen haben, schaut es sich an. Vielen Dank für den wirklich großen Support, viele Kommentare, viele Leute haben es auch gesehen. Also da gehen schon mal die Grüße an euch raus. Vielen Dank, dass das Interesse anscheinend an dem Video doch relativ groß war. Das erfüllt mich immer wieder mit großer Freude. Jetzt doch ein paar kleine Happen vor dem Rumble. Erstens, bevor wir zu den aktuellsten und letzten News kommen, jetzt doch mal auch vom offizieller Seite. Heute um 17 Uhr startet der Stream. Ich wollte es schon früher machen, es tut mir leid. Hatte jetzt noch ein bisschen was zu tun. Geht sich nicht früher aus, aber ab 17 Uhr beginnt der große Rumble-Stream. Das heißt, sie hatten sicher 12, 13 Stunden trotzdem locker werden. Ist, glaube ich, genug. Der Streamplan ist am Discord eingetragen und ist auf Twitter auch geschrieben. Also wird genug gezockt. Wir werden Among Us zocken mit der Community. Mario Kart. Es wird geraged werden, gelacht werden. Es gibt wieder Giveaways. Es gibt ein Pokémon-Opening. Ich glaube, da sollte für jeden irgendwo ein bisschen was dabei sein. Ja, kommen wir noch zu den letzten Infos. Die letzten Scoops, die man auch so mitbekommen hat bezüglich Gerüchte, Comebacks und weiß der Geier. Zum einen, Vorsicht, Smackdown-Spoiler. Brock Lesnar wird jetzt offiziell auch am Rumble teilnehmen. Das war zwar irgendwo so ein bisschen klar, aber Brock Lesnar hat er Lashley nochmal verkloppt am gestrigen Abend. Und, ja, hat sich offiziell in den Rumble mal reingeschmissen. Das heißt, das ist schon mal Fixed Progressness dabei. Sollte also zumindest, auch wenn er, ich bin mir ziemlich sicher, dass er diesmal nicht gewinnt, aber sollte für ein paar interessante Eliminierungen sorgen. Ja, dann so die letzten paar Sachen. Was ist mit Stone Cold? Was ist mit The Rock? Ja, da hat man von Fightful nur gehört, dass man anscheinend überall gefragt hat, aber man kriegt irgendwie gefühlt nichts raus. Das heißt, selbst wenn sie kommen sollten, man weiß aktuell nichts. Ist auch besser so, ne, wenn es jetzt wirklich ein Geheimnis gibt oder ein Surprise-Entry, dann ist es für mich auch besser, dass man das vorher nicht irgendwie rausfindet. Ja, zum nächsten hat man wegen Jay White nachgefragt. Ja, New Japan Pro Wrestling, ehemaliger IWGP Heavyweight Champion, der hat ja den Titel gegen Kazuchika Okada Main Event vom Tokio Dome verloren, Anfang Januar. Und da weiß man nur, dass er anscheinend auch noch einen Vertrag hat mit New Japan. Er hatte auch im Februar noch ein Match gegen Eddie Kingston bei Battle in the Valley. Muss trotzdem nicht zwingen. Was heißt denn, wir haben es ja an der Personalie Karl Anderson gesehen, dass da, ja, ähm, Vertrags, äh, Daten, ähm, Vertragsdatum, Daten, ihr wisst was, wie es gemeint ist, dass sich das ein bisschen überschneiden kann. Äh, ja, selber geht natürlich auch dann noch für, äh, Hikuleo. Äh, da weiß man dann nur, dass, äh, der Vertrag, äh, immer noch bestehend ist. Bei Tamatonga hingegen sagt man, also, auch alles New Japan, sagt man, dass der Contract bald abgelaufen sein könnte. Also, da muss man einfach mal gucken. Äh, was das Pitch Black Match angeht, äh, hat man anscheinend gehört, sollen ein paar Neonlichter, Neoneffekte irgendwie eingebaut werden. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Halle dunkel sein wird und durch die Neonlichter wirst du so ein bisschen was sehen. Boah, wird das Match ganz anders und schwierig und Hilfe. Boah. Ähm, ich bin, ich bin gespannt, ob, ob man da, irgendwie was Positives rausholen kann. Ich persönlich glaube es nicht. Aber wir gucken mal, ne? Vielleicht überrascht man mich auch. Dann haben wir noch, äh, News zu Pat McAfee, ja. Ähm, der soll laut mehreren, äh, Berichten, Gerüchten, ja, eigentlich soweit bereit sein und könnte eventuell im Rumble auftreten. Äh, ist auf jeden Fall nicht die unwahrscheinlichste Variante an dem Ganzen. Ähm, wir haben dann natürlich noch, ähm, ja, so ein paar, generelle Kandidaten, ne? Matt Cardona, aka Zack Ryder, der jetzt vieles für WWE hat patentieren lassen. Äh, Matt Cardona ist natürlich dementsprechende Möglichkeit. Du hast den Great Muta, den du immer wieder, jetzt gerade in der Zeit, wo er ja seine, äh, Goodbye-Tour macht, den kannst du mit einer potenziellen Hall of Fame-Aufnahme, kannst du natürlich immer in den Rumble reinschmeißen, ähm, und auch rausschmeißen, ähm, hoffentlich machen das seine Knie noch mit. Äh, ja. Ja, und vielleicht zu den einen oder anderen generellen Surprise, aber da, da, ne, sagen wir mal, wenn ein Rock oder ein Steve Austin kommt und ein Pat McAfee und dann vielleicht noch wer für ein YouTube-Pat, dann hast du eh schon dicke Brocken. Also dann, ähm, da mach ich mir, glaub ich, keine Sorgen. Ich freu mich auf den Männer-Rumble, das wird, glaub ich, ganz cool werden. Auf der Frauenseite, ähm, ja, sieht's da ein bisschen düster aus, ne, du hast natürlich ne Chelsea Green, die da in den Stadion steht, aber du übrigens gehört, die soll anscheinend ne, 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 Karin-Gimmick bekommen. Ja, kannst dir gleich die Kugel geben. Äh, und laut Gerüchten ist sie anscheinend schon seit Monaten unter Vertrag und man wartet nur noch, das Go zu geben, ne, mal schauen, was das wird. Äh, was hier so die, die, die Rumble-Favoriten angeht, bei den Männern steht Cody Rhodes ganz oben, es gibt ja mit, es gibt ja mit, es gibt ja mit, Erika kann man ja auch auf Wrestling wetten, was ja immer so ein bisschen ein Indikator ist, weil, na, man, das gab da mal vor ein paar Jahren, gab's da wilde Geschichten, dass, ähm, diese Anbieter, äh, die da, die es zulassen auf Wrestling, äh, zu, zu wetten, die sind da meistens so ein bisschen in, in WWE, Backstage und so, äh, verstrickt und dementsprechend, wenn's da solche Quoten gibt, dann kann man das gut herauslesen, wer wirklich den Rumble gewinnt. Ähm, Cody Rhodes ist ganz klar Favorit, dann haben wir da noch, äh, Sami Zayn und, und The Rock und dann noch Steve Austin. Und dann hört's schon auf, so ziemlich. Ähm, ja, ich glaub, Rawlins ist da noch irgendwie mit einer Tausenderquote oder irgendwie so dabei. Äh, ja, so nix der Rede wert. Aber wir haben ja auch gesehen vor ein paar Jahren, da hat's ja geheißen, ja, Charlotte Flair gewinnt laut Wetterbieter den Rumble. Und dann war's Rare Ripley, das war das Jahr, ich glaub, das war 2019? Ich glaub, es müsste 2020, 2019, ich glaub, 2020 war's, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, tut mir leid. Ähm, ah, nicht, nicht, Charlotte Flair, Rare Ripley, ähm, Bianca Belair, dankeschön. Rare Ripley ist ja der Favorit dieses Jahr. Bin gespannt, ob man, äh, ob die, die Wettquoten recht behalten werden. Ich geh hier aber schon davon aus, weil ich sehe keinen anderen als Rare Ripley erst Dingholen, sag ich ganz, ganz klar. Äh, ja, das war so der, der, der letzte Roundup für euch, nochmal die letzten Informationen, damit ihr ungefähr wisst, worauf ich beim Rumble einstellen könnte, was noch so, äh, eventuell auf euch zukommen könnte. Und wie gesagt, um 17 Uhr geht's los auf Twitch.tv slash Bunche, ich schalte ihn ein, würde mich sehr, sehr freuen. Wir gucken gemeinsam den Rumble, wir sind eine große Gruppe, ähm, und es wird sicher wieder eine lustige und spannende und hoffentlich entertainende Angelegenheit werden. Diesen Sinne noch, danke nochmal fürs Einschalten, checkt nochmal mein letztes Video aus, falls ihr es noch nicht getan habt. Und, äh, ansonsten noch, ein schönes Wochenende, schönen Rumble, macht's gut und bis zum nächsten Mal.